Dreck-Sack-Blase Dreck-Sack-Blase Da ist ja die Dreck-Sack-Blase Die Weltherrschaft Ja, und lass ihn Dreck fressen Zusätzlich zu den Weltherrschaftsdinks wahr Oh, er hat mich erwischt Tja, die Schwerkraft von 9,81 Meter pro Sekunde Quartat hat uns wohl an Streich gespielt Ich glaub, es ist der Wallrider Ist hinter mir her, weil die Musik wiederkommt Rechts Rechts Das ist doch das Vaterland Da, jetzt kommt er, jetzt kommt er Natürlich, das sieht man doch schon, dass er kommt Schau, da ist er doch Ja, warte jetzt weiter nach einem Kreis Und jetzt da Ja, der ist doch schon offen Ja, egal, da geht so ein Ventil, so lustig Dreh wieder um Wurde sind wir richtig? Nein Mit der Dreh um Such das Weite Besuche das auf jeden Fall nichts, wie du sie anstürzt Du gehst das Problem ganz falsch an Das musst du nicht tun Du bist ja tot So, jetzt hast du es geschafft Jetzt hast du es geschafft Du hast es geschafft Denk mal die Lilly auf Hast du es kennt? Hast du es kennt? Er ist untergefallen Er ist untergefallen vom Stuhl Und von seinem Fahrrad mit einer Hand Wolle ich mit einer Hand fahren kann Mit Karamals in der Hand Karamals homo? Karamals homo? Los Hm? Er verfolgt dich Er hattet hier fest, kommt er nicht durch Warte, was sind wir jetzt eigentlich? Hier waren wir doch schon, oder? Er verfolgt dich Scheiße Das heißt, kann uns dieser Mann Auskunft geben? Das ist hier rechts auch noch ein Weg, oder? Junge Keine Ahnung Keine Ahnung Folge deinem Instinkt Der ist auf dem Weg denn Der musst du doch da hoch, oder? Oder versuch einfach mal die Tür aufzumachen Du hast sie ja nicht Du hast Doch, versuch, versuch Jetzt ist das noch eine Klinkentür, man Schau dichs offen Oh doch nicht Lauf doch Du hast eine Behinderung Nein Okay Ich übernehme das Steuer Und auf geht's Schau, da muss man lang Voll nicht Aber wir sehen, dass Ist von der Steuerung gleich professioneller Was ist hier? Sicher, dass man da nicht hin muss Ich bin mir eigentlich schon Und einfach durch diese Tür Das wäre auch eine Lösung Ich bin noch nicht Nein Ich bin noch nicht zurück eine notiz ja lass ihn er streckt sich beim denken an und sucht eine lösung es gibt doch was mit der Tür zu tun Junge kaum kommt mit mir Steuer entrissen sterb ich ja du rätst nicht was bist denn du für einer ja ne der aller voll nicht du bist nicht gerannt das werden wir dann sehen spult doch mal zurück ihr lieben Fans und dann seht ihr dass er nicht gerannt ist ne du bist gar nicht gerannt man ja jetzt rennst du vor allem gar nicht ich glaube wir müssen nur die Hand zum Supercomputer hinführen kann das sein oder war das jetzt ein Hörngespinst von mir aber es wäre schon ein cooles Ende wenn man so die Hand auf den Computer legen musste oder findest du nicht auch schau jetzt rennst du auch nicht ja schau sei doch sein das ist ein cooles Ende jetzt ist es der Wallrider das ist der Wallrider das ist der Wallrider das ist der Wallrider der ist der ist um mich reingegangen der ist eingehend wie der Markus Herr Methan, Markus. Versuche zu entkommen. Ob du es schaffen wirst, steht aber noch in den Sternen. Oh, er fällt hin. Er hat Down-Syndrom. Er braucht einen Sprachcomputer zum Reden. Doch, das ist Grace Games, okay. Die Inhalte, die auf deinem Kanal sind, werden von dir verantwortlich. Da ist der Ausgang, glaube ich. Wir müssen straight forward nach vorne gehen. Mit der Kamera. Ich habe einen Pokéball in der Hand. Wir leben hier in Deutschland. Hallo Frau Postel. Ich will nur eins. Atom, wir wollen nur eins, das Oktett erreichen. Der Ausgang... Brecht doch jetzt nicht zusammen. Wir haben einen Rat. Jaaaaa! Aua... Ich finde das werden echt nett. Ich finde das nicht nett... Einweil, du, bist ein Hors. feierabend also ich finde das spiel sehr schön die impressionen bis jetzt ja und es ist abgestürzt und das war es vom outlast lp wir bedanken uns fürs zuschauen und wir sagen